Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Hardcore Kerbal und wir sind beim Spacetruck im Minmus Orbit und ich würde sagen wir gucken uns jetzt mal an was so ansteht um den Spacetruck so langsam aber sicher reisefertig zu machen Richtung Minmus. Dafür aber vorher noch eine kleine Ankündigung und zwar wie im Titel benannt als Livestream Ankündigung und zwar passt es bei mir am Freitag und am Samstag so gar nicht dieses Wochenende deshalb gibt es am Donnerstag dann ich vermute mal so gegen 21 Uhr spontan einen Livestream. Guckt einfach auf meinem Twitter Account der ist oben rechts verlinkt und ich packe ihn auch noch mal auf die Videobeschreibung drauf. Dort könnt ihr dann sehen wann und ob und wie der Livestream stattfindet und ein Voting lasse ich mal aus. Ich suche was Schönes raus was wir dann machen werden. So jetzt aber zu Hardcore Kerbal. Also wir haben relativ viel Sprit in der Kiste drin. Das heißt uns fehlen jetzt noch relativ exakt 2000 oder ja 2000 Fuel Einheiten Liquid Fuel. Die müssen wir noch hinbringen und wir haben angefangen jetzt ein bisschen Schmutzstoffe zu sammeln, nenne ich es mal, damit wir die später noch als Lebensmittel umwandeln können. Und dann gilt es natürlich noch die Crew zusammenzustellen. Und zwar ist es jetzt momentan so, ich klappe das mal ein bisschen auf, dass wir an Bord ein Engineer, zwei Scientist, zwei Piloten und noch einen Engineer haben. Das heißt ich möchte die Crew gerne auf neun Leute aufstocken. Heißt insgesamt können noch ein Pilot, ein Engineer und ein Scientist mit. Das heißt wir können noch drei Leute mit anlanden. Und mit denen wäre die Crew dann quasi komplett. Zusätzlich müssen wir natürlich dann nochmal die Lebensmittel auffüllen, bevor wir losfliegen. Und zusehen, dass wir da genug von haben. Also sprich am Limit sind. Wir haben jetzt schon ein bisschen was verbraucht und wir werden dann ein bisschen mehr Verbrauch auch haben. Können aber natürlich durch das Recycling relativ viel zurückgewinnen. Ich hoffe mal, dass das ganz gut klappen wird. Insgesamt gehe ich auch davon aus, wenn wir jetzt hier noch ein bisschen was dazu packen, dass wir so auf knappe 4000 Delta V kommen. Das sollte eigentlich locker reichen, um nach Minmus und zurück zu kommen. Nach Minmus und zurück. Nach Duna und zurück natürlich. Und das ist ja auch so, wir haben hier noch relativ viel tote Masse. Also was den Rückweg angeht, wird das Schiff ja um einiges leichter sein. Denn der komplette Part hier wird uns auf dem Rückweg nicht mehr interessieren. Und jetzt müssen wir nochmal gucken, ob das denn besatzungstechnisch hinhaut mit dem Platz. Wir können hier vorne drei Plätze reinpacken. Wir haben hier nochmal zwei Plätze drin, wenn mich nicht alles täuscht. Steht das da irgendwo? Ne. Steht das hier irgendwo? Ne, steht auch nicht drauf, wie viele es insgesamt sind. Aber hier müssten zwei reinpassen. Jetzt schauen wir mal. Transfer Crew. Transfer. Hier ist voll. Hier ist voll. Hier ist voll. Okay, jetzt müssen wir mal gucken. Äh, Escape Cancel. So, hier sind zwei drin. Hier ist nur einer drin. Aber wahrscheinlich, weil er sonst nirgendwo hin kann, oder? Ähm, da müssen wir mal gucken. Ich gucke das gleich nochmal im Space Center nach. Äh, ich glaube, das UKS-Modul kann auch zwei Körbels unterstützen. Hier haben wir drei. Dann sind wir schon mal bei, äh, sechs Körbels. Hier passen vier rein, meines Wissens nach. Mindestens. Das können wir auch gleich nochmal nachgucken. Ähm, damit haben wir dann Platz für zehn Körbels. Auch ohne das Modul hier hinten. Das heißt, es reicht, dass wir mit einer neuner Crew losfliegen können und nachher auch alle mitnehmen. So. Hm. Was machen wir als nächstes? Ähm, ich würde sagen, als erstes gehen wir mal ins Space Center zurück und überprüfen die Annahmen mit den Plätzen. Und gucken mal, was uns da noch fehlt insgesamt. Damit wir die Crew vollzählig bekommen. Hm, also. Einmal ins Vehicle Assembly Building. Laden, laden, laden. Und wir haben, also hier bin ich mir ziemlich sicher, dass da drei Reihen passen. Genau, da steht es auch. Crew Capacity 3. Dann brauchen wir einmal den Colonization Part und da brauchen wir das Pioneer-Modul. Das Pioneer-Modul hat auch eine Kapazität von zwei. Okay. Und das Labor hat eine Kapazität von zwei. Dann sind wir jetzt schon bei sieben Körbels, die reinpassen. Und dann kommt noch der Habitation Ring. Ja, den muss ich jetzt einmal finden. Wahrscheinlich schon dran vorbei gescrollt. Irgendwo. Irgendwo ist er bestimmt. Ist er das? Nee. Inflatable. Da ist er. Äh. Steht jetzt natürlich nicht mit dabei. Aber wir können das ja mal testen. So. Wenn wir den ausrollen, dann hat der Platz für... Keine Ahnung. Steht nicht drin. Verdammt. Ich glaube aber, dass jedes von den Segmenten hier... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun... Ja. Ich hätte vielleicht irgendwie an einem farbigen Ding anfangen sollen zu ziehen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Hm. Also auf jeden Fall passen da ein paar Körbels rein. Ich denke, die neuen kriegen wir da reingequetscht. Wenn nicht, muss jemand außen an der Reling mitfliegen. Gut. Ähm, das Thema ist also durch. Dann können wir jetzt natürlich mal gucken, wen wir noch mitnehmen für die Reise nach Duna. Also wir haben auf jeden Fall einen Piloten, einen Engineer, einen Scientist noch offen. Und jetzt gucken wir mal, wer hier alles rumsitzt. Ach seht ihr, der Tomfil muss noch umbenannt werden auf Kai-Troop. So. Wir haben erstmal die Standard-Körbels. Die bleiben zu Hause. Dann haben wir noch den Heptan als Engineer, den JP als Piloten, Goga als Engineer, Ben als Pilot, Christoph als Engineer, Flexi als Scientist, Kalle als Engineer, Mercury als Scientist, Fredo als Scientist und Luca als Scientist. So, das heißt, wir haben potenziell zwei Piloten noch zur Auswahl. Mehrere Engineers, mehrere Scientist. Und da die Mission, das Ganze zu bestücken auf dem Raumschiff, noch ein bisschen aussteht, würde ich mal sagen, ich lasse mich von euch mal in den Kommentaren überzeugen, also von euch, die ihr euch hier in der Liste seht, warum ihr denn die richtigen seid, die noch mit sollen. Es gibt noch Platz für einen Piloten, einen Engineer und einen Wissenschaftler, um mitzukommen. So, in diesem Sinne überzeugt mich und wir machen jetzt mal folgendes. Ich spule jetzt mal die Zeit ein bisschen vor, damit wir uns dem Startfenster so langsam nähern. und gucke mal, ob da zwischendrin noch ein spannender Vertrag kommt. Das heißt, jetzt gibt es einen kleinen Zeitsprung und wir schauen mal, was in den Verträgen noch so auftaucht, dass wir noch ein bisschen Geldpuffer aufbauen können. In diesem Sinne, bis gleich. So, wir sind ein bisschen weiter, sind noch 307 Tage bis zum Transferfenster und ratet mal, was da aufgegangen ist. Science Data from Space Around Eve. Na, ich würde mal sagen, den können wir uns doch gönnen. Im Sinne von, wir haben einen Satelliten im Orbit von Eve und damit können wir einfach mal Science Data rüberfunken. Ähm, das ist natürlich relativ einfach und macht auf jeden Fall Sinn. Gibt auch einen schönen, dicken Kohlebatzen. Dafür, dass wir einfach nur mal kurz die alte Funkantenne anschmeißen und was rüberfunken. Von daher relativ simpel, weil diesmal war ich ja auch so schlau, ein paar Science Instrumente anzubauen. Bin ich zumindest fest von überzeugt, dass ich das getan habe. Ach nee, da... Äh, ja gut, das dauert jetzt natürlich ein bisschen. So, hier ist das Thermometer. Zack. Und Lock Temperature. So. Also wir müssen jetzt einen kurzen Moment drauf warten, bis das hochplöppt, aber wir haben eine Verbindung und können damit dann direkt unseren Scientific Data from Space Around Eve erledigen. Und haben damit, ich glaube, noch mal 60.000 waren das in der Kasse. Also die Vorkasse hat ja schon ein bisschen was gebracht. Und dann nähern wir uns so langsam wieder der halben Million. Und genau in diesen Sprüngen würde ich jetzt mal beginnen, eben unsere Mission für Duna näher heranzuholen. mit so kleinen, wir können mal eben was erledigen, Missionen, weil das gibt uns noch ein schönes, kleines Püfferchen auf dem Konto. Na, wie lange haben wir noch? Neun Sekunden. Oh, dann gehen zumindest mal die Base auf. Und dann können wir die Base wieder zumachen. Ha, 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 ha. Ja, herzlichen Glückwunsch. Genau, das war nämlich falsch. Ich wollte nämlich nur das Thermometer haben. So, ein kurzer Moment noch. Und Science-Ergebnis. Und ab damit nach Hause. Das bringt uns jetzt nicht besonders viel, aber es erledigt unseren Vertrag. Und dafür gibt es noch mal geschmeidige 56.000 obendrauf. Das heißt, wir sind jetzt bei 370.000. Und können uns jetzt mal über das Space Center noch mal zum Space Truck hangeln. Da wird nämlich auch noch fleißig Forschung betrieben. Nicht fleischig. Ähm, um da das Labor mal leer zu räumen, damit wir zwischendurch nicht noch irgendwie, ähm, gute Forschungszeit vertun. So, äh, aber wir können auch nebenbei noch mal, ich habe jetzt fast vergessen, äh, unser, wo ist es denn? Unsere Minmus Station besuchen. Die hat ja nämlich auch noch so ein bisschen was zu tun hier. Und hat eigentlich auch ihr, ihr Science Bay befüllt bekommen. Da müsste mittlerweile auch ganz gut Wissenschaft drin sein. Na, guck mal, ist fast voll. Das ist ja gutes Timing. Dann würde ich mal sagen, raus damit. In Richtung Heimat. Und, äh, wir können mit den Forschungspunkten dann tatsächlich noch ein bisschen was freischalten. Ist jetzt nicht der, äh, Riesendrops, den wir da bekommen, aber es ist zumindest was wert. Und, äh, hilft uns, die restlichen Forschungsergebnisse auf der 300er Ebene schon mal freizuschalten. Und dann können wir gleich noch gucken, wie es am Space Truck aussieht, mit unseren Lebenserhaltungssachen. Hier sind wir noch ganz gut im grünen Bereich, obwohl es langsam ein bisschen schmal wird, muss ich sagen. Also, da müssen wir uns auch bald mal was überlegen, weil unser Zeitfenster sagt 307 Tage. Das heißt, wenn wir losfliegen nach Richtung Duna, wird es langsam Zeit, hier mal eine Versorgungsmission zum, äh, Lab zu fliegen, damit wir wieder Lebensmittel reinbekommen. Weil ich befürchte, ich habe hier auch keine geheimen Reserven mehr, die irgendwo zugeklemmt sind. Äh, nein, habe ich nicht. Habe ich tatsächlich nicht. Und es gibt hier auch noch keine Lebenserhaltung, also irgendwas, was das wieder umwandelt. In dem Sinne müssen wir da auf jeden Fall gucken, dass uns die hier nicht verhungern und wir rechtzeitig was machen. Also, ähm, würde ich sagen, können wir da einen Alarm mal hinzufügen? Äh, 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 äh. Egal, machen wir mal in Ruhe. 363 Tage, da ist noch genug Platz. So, Science ist auch drüben und dann geht es wieder ab zum Space Hunten. Ihr merkt schon, da wird jetzt viel vorbereitet, einfach damit wir die Zeit runterbekommen und wir uns noch ein bisschen, äh, Geld und Kohle reinziehen können. der geld und kohle science und kohle und jetzt gucken wir mal was der space truck sagt space truck space truck ist und jedes mal wieder space truck da aus der space truck sagt mit seinen tanks ob die jetzt schon ordentlich voll gelaufen sind mit verbrauchsmaterialien weil dann können wir auf jeden fall schon mal anfangen ein jahr 400 und ein bisschen so und wir haben immer noch ordentlich platz was die verbrauchsmaterialien angeht das heißt da können wir noch richtig viel aufnehmen wo habe ich denn da so viele container angebaut sind das die hier unten ach guckt mal hier unten hatte ich die live support hexcamp für waste angebaut das können ja nicht nur die sein wo habe ich denn so große angebaut ach da sind die großen ich verstehe ein großer waste container das ist schön den können wir richtig gut voll laufen lassen ich glaube der wird gar nicht mehr komplett voll aber das reicht auf jeden fall um uns ein stück vorwärts zu bringen und jetzt gucken wir mal was das labor hier zu sagen hat im moment das sagt noch 330 science das heißt da haben wir noch ein bisschen platz und da passiert auch nicht mehr ganz so viel also noch 1,7 science pro tag das heißt ich mache jetzt noch mal den nächsten zeitsprung und wir robben uns mal so in dem bereich der 200 tage ran und gucken mal wie viel oder was es dann noch so für missionen gibt bis gleich so 198 tage noch bis zum abflug und wir haben ein science data from space around kirben das können wir mal nutzen um den flug zum refuel also zum nachversorgen unseres labs um damit wir das nachher während der duna mission nicht dauernd machen müssen zu finanzieren das heißt wir bauen uns jetzt mal ein raumschiff und das wird dann so ein kurzer zwischenstart noch den wir erledigen bevor es scharf geht mit unserem mit unserer duna mission mit dem wir jetzt einmal die minmus forschungsstation die jetzt am moon ist nachversorgen und zwar nennen wir das station refuel so da kommt jetzt ein bisschen essen ran und docking port damit wir das rüber bringen können und das sollte dann im prinzip auch schon ausreichen oder müssen wir nur ein bisschen gucken dass wir ein bisschen anders anfangen so wir fangen mal an mit dem guten alten container der macht vieles einfacher na wo ist er hallo so doch der alte korb ist ich glaube ich habe kein tomaten auf die noch macht er sehr so also einmal das ding da und dann kommt da in reihen ein trocken und ein bisschen strom kennen wir alles schon ist ja jetzt nicht so besonders neu und dann können wir da oben den docking port draufsetzen der hier noch irgendwo rum schwebt dann haben wir eine schöne docking einheit in der schöne docking einheit insgesamt mit der wir das andocken können dann machen wir da noch einen ordentlichen stromspeicher drunter und ein bisschen rcs nicht rcs wie heißt das andere ding hier das reaction wheel genau das war der name den ich gesucht habe und da unten drunter kommt ein kleiner rcs tank damit wir damit arbeiten können und dann packen wir den so ein bisschen hab aber dran live support genau so nehmen wir einfach mal also nicht vier stück mit das wird hoffentlich eine weile reichen ach was soll der geiz wiegen ja nicht so viel so ein paar davon und jetzt gucken wir mal einmal was das ganze dann bedeutet und zwar wenn ich es so lasse haben wir unser center of mars ungefähr da und genau da bauen wir jetzt auch unsere trust daran für das rcs ach so ich müsste vielleicht vorher noch ich werde das gewicht gleich noch ein bisschen verschieben nämlich dadurch dass ich solar panels anbaue da können wir die cheapo dinger nehmen hauptsache billig und die können wir hier oben hinpacken und wir brauchen noch eine ordentliche antenne gleich dann nehmen wir am besten wieder die das hat ganz gut funktioniert zack so und dann haben wir da mache ich die ein bisschen tiefer damit die nicht interferiert mit unseren trustern so sehr schön so und dann kommen die auf die gewichts mitte rauf so noch ein bisschen aufpassen dass wir nicht die solar panels erwischen da sind sie ganz gut ja sehr schön dann haben wir hier unsere anzudockende probe die kann denen ein bisschen essen bringen das sollte dann erstmal wieder eine weile reichen dass die sich voll fressen können da auf ihrer auf ihrer station und unten drunter bauen jetzt eine kleine rakete die ausreicht um das zum moon rüber zu fliegen so da brauchen wir glaube ich insgesamt gar nicht so ein riesen tamtam draus zu machen ich würde sagen wir nehmen hier so eine relativ kleine oberstufe das hat dann schon mal 1200 delta v an die können wir auch gleich noch den nahbereichs funk ran bauen dass wir den so lange wie möglich haben damit kein unsinn passiert schwupp so und wahrscheinlich macht es auch noch total sinn eine kleine funk quetsche mitzunehmen ne ich mache die mal mit daran ich mache die mal mit daran zack weil die 500 kilometer sind ja erwiesenermaßen manchmal ein bisschen knapp und mit dem ding hier können wir uns ganz gut im orbit bewegen so und haben keine riesen und haben keine riesen getue und havoc zwecks antennen so das sollte ausreichen und später fliegen wir auf der großen antenne dann machen wir die kleinen aus sobald wir eine funk verbindung haben nach körben so dann kommt auch schon der nächste die kappler wollen auch noch ein fairing drum bauen ich hab mal wieder was mit dem fairing zu bauen wir machen mal ein fairing drumrum so und zwar ein schönes großes fairing also wir kriegen 12.000 für die mission übrigens und ein bisschen was vorab ach so das heißt aber auch wir müssen noch irgendwas einziges mitnehmen das gute alte billige thermometer kostet ja nichts am besten gleich noch bei den antennen hin damit ich es auch wieder finde ich bin ja immer nicht so gut darin dinge wieder zu finden so und wir machen ein klemmschell fairing mit einer hohen ejection force damit der kram auch ordentlich wegfliegt und dann bauen wir das mal immer schön gerade nach oben zack zack und zu damit so damit haben wir erstmal das hier erledigt ja schön und jetzt bauen wir da eine ganz einfache rakete unten drunter die das ganze nach oben bringt der gute alte rot tank jetzt haben wir ihn ja endlich dann nutzen wir ihn auch mal und ich guck mal ob das jetzt einfach schon reicht wenn wir da sagen wir packen jetzt den skipper drunter das bringt uns schon mal relativ weit 1,4 trust weight ratio ich bin fast versucht da jetzt einfach noch zwei booster ran zu zaubern und davon auszugehen dass es dann ausreicht schau mal vielleicht nutzen wir die booster um einfach noch ein bisschen mehr treibstoff mitzunehmen so viel so viel mehr treibstoff mitzunehmen zack weil dann haben wir trust weight ratio von zack 1,17 das ist jetzt noch nicht so gigantisch viel aber wenn wir jetzt hier noch schön die booster ran tackern ein bisschen höher müssten die ein bisschen höher ein bisschen höher ein bisschen höher so sind sauber dran jawoll das sieht von der höhe her gut aus dass ich sie mit dem triebwerk nicht abfacke so und dann haben wir 1,94 dann können wir die so auf 1,5 unterregeln für den start das reicht dann wird die rakete schnell genug aerodynamik mäßig sind wir ja gut unterwegs und dann kommen natürlich noch die guten alten glücksflossen ran weil ich bin letztes mal beinahe hysterisch geworden im livestream als ich keine flossen dran hatte wo habe ich es hingeschmissen waren wir jetzt weg wohl gut also diesmal flossen ran einfach nur damit nichts schlimmes passiert glücksflossen helfen gegen alles also vor allen dingen helfen sie halt beim steuern natürlich so und dann würde ich ach da da sind die anderen glücksflossen siehste so und dann kommt da noch eine startvorrichtung ran und ich glaube dann sind wir auch schon zufrieden am ende des tages gut damit wird gestartet dann hauen wir die booster weg dann hauen wir irgendwann das fairing weg dann kommt das da und gleichzeitig können wir schon mal den antrieb anschmeißen und zu guter letzt ist oben dann noch das wie soll ich das nennen das undock modul die probe an sich 5900 sollte locker flockig reichen wenn ich nicht totalen unsinn baue dass wir damit in richtung mond kommen ach und jetzt komm jetzt was soll der geiz jetzt kaufe ich mir endlich mal die hübschen nosecones die so ein bisschen nach innen gewandt sind einfach weil die cool aussehen und zu guter letzt stabilisieren wir das ganze noch mit so ein bisschen fingerspitzengefühl an die rakete ran so und ich würde mal sagen das ist doch schon mal eine ganz schöne refueling mission und bevor ich jetzt unbedacht damit starte gebe ich euch glaube ich einfach mal die chance bis zur nächsten folge zu kritisieren was euch an der rakete nicht gefällt aber theoretisch ist eigentlich alles drauf wir haben strom wir haben treibstoff wir kommen dahin wir haben genug essen mit dabei also von daher denke ich mal dass das hinhauen sollte aber wenn ihr noch was gefunden habt was nicht so eine gute idee ist dann sagt mir gerne bescheid in diesem sinne vielen dank fürs zuschauen mein name ist robert und tschüss